Heute hatte Amelie etwas Wichtiges vor. Sie wollte Kindern, denen es nicht so gut ging wie ihr, etwas spenden. Im Radio hatte es einen Spendenaufruf gegeben. Und ihr Papi hatte ihr erklärt, was das bedeutete. Weil es immer wieder Menschen gibt, die fast gar nichts mehr zum Leben haben, helfen ihnen andere Menschen, die genug haben. Das leuchtete Amelie sofort ein. Deshalb saß sie jetzt auf ihrem hübschen Mädchenbett neben sich eine große Kartonschachtel. Sie wusste nun, dass es viele Kinder gab, die fast nichts hatten. Keine Puppen, keine Legos, kein Playmobil, weder hübsche Perlenketten zum Selberbasteln noch lustige Spiele. Einfach nichts. Daher die Kartonschachtel neben ihr. Sie war bereits zur Hälfte gefüllt mit Gesellschaftsspielen, ungebrauchten Stickerheften und ausgelesenen Büchern, zwei bekleideten Puppen mit zusätzlichen Kleidern, darunter der herzige rosa-rote Rock mit den Punkten und ein paar Kuscheltieren. Amelie überlegte sich jeweils ganz genau, ob sie etwas auch wirklich weggeben wollte. Könnte ja sein, dass sie plötzlich doch wieder damit spielen wollte. Was dann? Da erinnerte sie sich wieder an Pappys Worte. Manchmal muss man auch etwas geben, das man eigentlich lieber noch behalten würde. Aber arme Kinder haben gar nichts. Nun nahm sie ihren Lieblingstäddy in die Hand und schaute ihm tief in seine treuherzigen Augen. Würde er es verstehen, wenn sie ihn weggab? Sie legte ihn in die Schachtel. Bestimmt. Oder doch nicht? Sie nahm ihn wieder heraus. Da waren so viele tolle Dinge drin, das würde bestimmt keinem Kind auffallen, dass ihr Teddy nicht dabei war. Ihr hatte er viel Glück gebracht, so viel stand fest. Jetzt könnte er ein anderes Kind glücklich machen. Amelie war unschlüssig. Ein paar Minuten später ging sie dick eingepackt die Strasse hinunter zum Weihnachtsmarkt. Neben ihr trottete seelenruhig Remi. Er zog den großen Holzschlitten, auf dem Amelies Karton mit den Spenden stand. Weißt du, Remi, erklärte Amelie ihrem Rentierfreund, es gibt leider ganz viele Kinder, denen es nicht so gut geht wie uns beiden. Darum spenden wir ihnen jetzt etwas. Remi schnaubte und zog noch zügiger am Schlitten. Auf ihn war Verlass. Als sie ankamen, wusste Amelie sofort, wohin sie ihre Spendenschachtel bringen musste. Ihr Mami hatte es ihr erklärt. Geh zum Stand mit den großen roten Sternen. Er war nicht zu übersehen. Amelie fasste Mut und steuerte die zwei lieb aussehenden Frauen an, die die Auslage betreuten. Remis gleichmäßiges Schnaufen neben ihr gab ihr Sicherheit. Ja, hallo, junge Dame, sagte die Frau mit der Keckenmütze und lächelte Amelie zu. Was bringst du uns denn Schönes? Remi und ich möchten Spielsachen spenden. Für die Kinder, denen es nicht so gut geht wie uns. Die Marktfrau lächelte und schaute verwundert zum Mädchen, das eben etwas aus einem großen Karton fischte und diesen dann von dem kleinen Schlitten hob. Mit wem es wohl sprach? Wer ist Remi? Na, mein Rentier, wer sonst? Jetzt stellte Amelie den Karton auf den Stand und räumte alle Spielsachen heraus. Zu allem und jedem erzählte sie eine kleine Geschichte. Die Marktfrau staunte nicht schlecht. Das seien ja wunderbare Spenden. Da würden sich die Kinder, die sie bekämen, gewiss sehr freuen. Amelie strahlte. Plötzlich stieß sie etwas sanft in den Rücken. Es war Remi. Sie wusste schon, was er sagen wollte. Aber nein, das brachte sie nicht übers Herz. Noch einmal stupfte Remi sie. Dort, wo sie ihre linke Hand verborgen hielt. Schließlich gab Amelie nach. Also gut, sagte sie zu ihrem Rentierfreund. Du hast ja recht. Dann zog sie ihre versteckte Hand nach vorne und überreichte der Frau am Stand ihre letzte Spende. Es war Amelies Lieblings-Teddy. Wer immer ihn bekam, würde sich bestimmt riesig freuen. einen schönenritt von dir. Dann muss sonst haben, du sie le Sachen gesehen haben als ergerät. Bis zumglichen. Untertitelung des ZDF, 2020